so das geht ja von alleine ich muss ja gar nicht stehen bleiben so wie funktioniert das jetzt mit dem bauen noch mal ja das weiß ich doch auch nicht ich weiß es auch nicht mehr ja gut also ich laufe mich mal kurz außen wieder ein ja vielleicht was macht das ist morgen tschüss du hast konnte so lange ich weiß es nicht ja doch eigentlich schon ab und zu mal so lade welt wie es die zeit halt erlaubt du hast kaum zeit mich ja das ist das schlimme daran ich bin wieder da um gottes willen er ist wieder da soll ich wieder gehen du kannst auch da bleiben ist okay ich brauche ja ein handlanger also mich hat ein werk wenn ich da jetzt auf zugreifen kannst du jetzt zugreifen ich kann in deine werkbank rein ja ja aber es ist doch es ist doch alles gemacht autorisiert der verbraucher hammer eingetragen da bist du auch eingetragen und selbst hier habe ich auch wie zum pilz ach so wo sind eigentlich unsere hasen jetzt ich habe mich auch gott wo ist das feuer ja da hinten da ist es doch nein bei mir ist es nicht da ja aber das ist aus doch das ist hier ich habe ohne scheiß bei mir ist das warte ich mache ein foto und schick sie im whatsapp genau da stehen warte youtube habe ich regelmäßig gemacht aber auch nicht mehr wirklich so regelmäßig weil es einfach nichts mehr bringt zum teil halt aber im endeffekt ich mache es auch alles aus spaß du hast mir ein foto geschickt man da ist kein feuer ich habe hier nicht 0 jan ja ich wollte nur mal sagen dass da kein feuer ist ja nein habe ich doch gesagt ja ich weiß auch nicht weiß auch nicht was du gemacht hast so warte mal warte ich stelle es neu auf ich habe nichts rausgenommen ich habe auch kein hasen nix also merken wenn wir was produzieren warten bis fertig dann auslockern weil sonst alles am marsch aber es ist gegrilltes fleisch im lager ok keine ahnung warum es jetzt im lager ist aber da sind zweimal gegrilltes fleisch drin ja tatsächlich wie kann ich das jetzt splitten dass wir nur eins nehmen ich habe keine ahnung ja nimm eins esse es und leg das andere wieder rein tut mir leid ich hole den neuen hasen der hat einfach beide gegessen statt ein ich habe nur einmal drauf gedrückt und der hat sich beides reingezogen du hast du jetzt das beides reingezogen ich bin enttäuscht von dir ich bin enttäuscht von dir ist vorbei so nicht lässt mich hier verhungern nein nein keine ausreden ich hole dir neuen hasen moment wo waren die ich heb dein grab aus ich habe keine ahnung vielleicht wie war minecraft mit shift oder sowas jetzt sind schon wieder hart ja shift und links klick shift und links klick ja spaß ist die hauptsache bei sowas ja so den haben wir gerade oder so mich ja auch bei youtube und streamen halt nicht wegen geld machen sondern einfach aus spaß richtig das ist die richtige einstellung mich ja ich mach dir jetzt dein hasen ok ja das möchte ich auch hoffentlich habe hunger der macht doch richtig schön zart ich kann aber trotzdem nicht in dein lager zukommen doch warte mal ah nee ok nee das sind die wo ich im rucksack gehabt die sachen und das ist scheiße ja wird schon noch lösen ich denke wenn man dann erstmal alles so ein bisschen aufgeräumt hat dann wird es schon irgendwie gehen ich baue jetzt erstmal die eine hütte dass wir den forschungstisch da reinstellen können was wir da schon mal forschen können oder so was denn was hast du jetzt schon wieder getrieben warum guckst du die kiste an das ganze was hast du da gemacht was hast du gemacht dir ich habe die sachen abgelegt oh mein gott guck mal so viel habe ich gesammelt das ist wahnsinn jeden fall dein fleisch ist fertig michael ich glaube du kannst das nehmen das ist schön es ist im lager ja das lager ist aber schön aufgeräumt dafür kann ich nichts ich habe so reingemacht das macht es automatisch ich habe fleisch gegessen und was lecker ja es war super da habe ich mir ganz viel liebe für dich gemacht ich habe das kann ich mir vorstellen du gehst nicht weiter scheidung eine güter trennung ich nehme die berechtigung wieder weg das stimmt eigentlich ist keine strafe ich brauche besser wo ist denn jetzt schon wieder da hinten schleicht er rum arbeite du musst arbeiten ich google jetzt ob man das irgendwie lösen kann ja google man wir brauchen gleich schon wieder holz also ich glaube wir müssen doch so eine stein fahr eine holzfarm oder so bauen holzfarm oder so bauen wir mal ein paar bäumchen bäumchen hier bäumchen da kriegst du es hin mit google oder brauchst du Hilfe das siehst du nicht also da gibt es kein ergebnis dafür ok hier kommen nur echo multiplayer unser fazit nach einem tag bla 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 äh die ne hm admin werden warte mal ich nehme dich einfach nochmal überall raus hab ich aber auch schon gemacht ja ich weiß stimmt wir haben übrigens besuch hier was wir haben besuch es ist schwarz und rennt gerade läuft gerade weg da ist das ein wolf das kannst du nicht machen mich soll schon keine Beine ach die machen uns gerade noch entschuldigung und jetzt kann man die zähmen so wie bei minecraft ne ich glaube nicht mal gucken neunter neunter kommt ja ein großer patch vielleicht ist da noch mehr dabei oder so keine ahnung äh das spiel ist auch sehr interessant es ist halt sehr komplex ja auf jeden Fall du kannst doch hier auch ein bürgermeister bestimmen und all sowas wenn du halt mit ganz vielen leuten zusammen spielst oh ich bin bürgermeister ich bin bürgermeister dann zieh ich aber freiwillig aus ja hätte er sonic ein pc könnt ihr ja mitspielen aber nein der sonic macht ja lieber konsole weil der pc scheiß ist ne herr sonic ja gut kein kommentar Ja, richtig. Darüber reden wir nicht als PC-Spieler. Lass ihn in seinem Nier glauben. Ja, jeder muss das machen, was er am besten will. Und damit spielen, womit er am besten spielen will, ne? Richtig. Wir müssen das so diplomatisch hier sagen. Ja, Sonic, ich hab gesagt, hier, dass du kein PC hast. Darüber hatten wir es gerade. Ne? Auswandern, schreibt er. Ne, wir müssen nicht auswandern, ich geh einfach, der Micha geht einmal um den Planeten rum und baut sich da weiter, weißt du? Und irgendwann trifft man sich dann mal wieder und verträgt sich dann vielleicht auf dem Käfchen und so, weißt du? Denkt er. Bekriegen wir unsere Zivilisation, sind dann im ewigen Krieg und am Ende fallen die Atombomben und alles ist tot. So wird's enden. Richtig? Gibt's hier Atombomben? Ich weiß es nicht, Micha. Das ist wieder sehr interessant. Aber dann... Aber auch sehr gefährlich. Dann wäre der Planeten am Wochen schon tot. Ne, normalerweise ist das Spiel so, ähm... Ja, guten Hunger. Der ist das. Guten. Ich hab hier neben jetzt mein Tablet stehen mit deinem Chat auf. Oh mein Gott, nein. Voll gut. Oh, das sind ja noch meine Bäume von vorhin. Neu sind sie meine Bäume. Warte mal. Wenn ich jetzt den Baum nimm, ne? Hier, den hier. Und den hier. Ja, so. Wenn du zu deinem Lager zurückgehst und das jetzt ins Lager reinräumen, müsst ihr das Spiel doch erkennen, äh, das sind ja den Teile. Richtig. Was? Ja, probieren, ne? Baum. Du hast Bäume reingemacht. Geil. Richtig. Ja, rein und rausnehmen kann ich ja, aber kann ich drauf zugreifen. Ne. Warum kann ich nicht... Aber du müsstest doch, wenn du jetzt auf Herstellen gehst, dann auch was herstellen können. Das verstehe ich nicht. Wir werden ja die Bäume nicht angezeigt, das Material nicht angezeigt. Gar nichts. Ja, aber selbst das müsst ihr normalerweise machen. Warte mal, wie kann ich dich denn hier nochmal rausnehmen? Warte mal kurz. Warte mal. Ne. Fehlende Ressourcen? Ne, geht nicht. Okay. Ich habe jetzt versucht, eine Truhe herzustellen, aber das blinkt jetzt fehlende Ressourcen. Wie breche ich das jetzt wieder ab? Wie stoppe ich die Produktion? Hier kann ich dich rauslöschen. Warte mal. Ah, hier. Jetzt habe ich dich nochmal hinzugefügt. Nein. Jibbe doch nicht. Wie im Konkert hat das auch funktioniert? Spieler mit Zugriff auf die Urkunde haben immer Zugriff auf die Verbraucherfunktion. Ja. Aber da habe ich dich hier zugefügt. Also du hast eigentlich sogar, ja, selbst dafür Rechte. Mach es nochmal neu. Also normalerweise sollte das gehen. Ich habe jetzt sechs Urkunden. Jetzt habe ich sieben. Naja, die Urkunden, das sind nicht die Urkunden. Die Urkunden, das sind die, wo du dann dein Grundstück erweiterst. Die verbrauchst du nämlich dann. Weil ich habe zum Beispiel keine mehr. Oh. Also ich wollte ja noch Holz machen, ne? Berechtigt, berechtigt, berechtigt. Aber ich kann ja dein Lager benutzen. Warte mal. Geh nochmal auf die Werkbank. Und klick mal auf Lagerplatz. Ist da bei dir alles verbunden mit einem Häkchen? Ja, nein, vielleicht. Hallo? Ja. Geht's jetzt? Ja. Ja, da waren da die Häkchen nicht drin. Warum nicht? Weiß ich nicht. Aber Problem gelöst. Richtig. Ja, gut, nice. Das heißt, beim Feuer darf ich das jetzt genauso machen. Ja, wahrscheinlich. Du musst dann immer das verbinden, genau. Ach, ja, herrlich. Es geht, das ist wichtig. Ja. Äh, schon, Holz. Ja. Schön. Holz. Noch ein bisschen, Holz. Grillte Tomate. Ah, ne, dafür brauche ich Teig. Entschuldigung, ich brauche noch Teig dafür. Und Teig kriegt man aus Tieren. Teig? Geht man nur in der Schlagbank. Ah. Papaya hat zwölf Stück. Soll ich, ich mach zwölf Getrielle Papaya. Ja, dann mach doch. Geht ja alles in den Lager rein. So, dauert 36 Minuten. Für zwölf Stück. Für zwölf Stück. Minuten? Oder Sekunden? Minuten. Für zwölf Stück. Für, äh, 31 Mais. Gegrillte Mais brauche ich eine Stunde, zwei Minuten. Mann! 31. Ich mach das einfach mal alles, ja? So, da... Also kann man die Leute auch zwingen zum Spielen, ne? Ah? Oh, ein Lagerfeuerbison. Kann ich machen. Wir haben Teig. Geilo. Hab ich 20 Minuten dauert. Ja, aber der macht es ja nach und nach, ne? Das heißt, der gerillt Papaya. Naja, der macht es nach und nach, ja. Das Pison haben wir dann in... zwei Stunden. Boah, krass. Ähm, naja, der macht ja nach und nach. Ich hab ja jetzt jede Menge gemacht, was ich grad mach. Bauholz macht er. Ach, ich kann das Pison gar nicht machen. Ich hab keinen Teig. So, der macht er raus dann. Ach, Fleisch und vier Teig. Ah, okay, alles klar. Okay. Okay. Wonderful. Oh. Bis dahin. Ich bin gleich wieder da, ja? Naja. Bis gleich. Ich mute mich kurz, ja? Mach das. Ich mach das ganze Zeug schon mal weg da. Bis dahin. Bye. Chao. ademl день ist da. Sprecher Summe business mill regaining. Nummer 4�병. Aber gut. Bis danach fretti. Bis dahin. 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 oh hier sind hasen um mich rum was willst du dann guck mal nach feinchen also wir brauchen echt langsam eine schubkarre ich habe die ansicht geändert beziehungsweise mein headset wie mache ich das wieder rückgängig was hast du geändert ich habe keine first person ansicht mehr wie mache ich das wieder an also hier bei b und dann dritte person und erst und so da kannst du auch übrigens deinen charakter bearbeiten noch ne der rucksack der person und unter schlücke bearbeiten dann kannst du noch mal bearbeiten ja mein ich habe mein headset nämlich auf die tastatur gelegt kurz und das hat dann wohl schäm dich entschuldigung nehmen dich es tut mir leid es ist vorbei schon wieder von drama hier ich kann deine werkbank benutzen ja geil oder haben wir gut gemacht hat nur keine ahnung wie lange moment eine stunde gedauert hauptsache es geht wir waren ja bestimmt die ersten wo ihr probleme habt ja so weiß ich nicht pfeile vier stück holz micha warum haben wir nur zwei holz ja weil ich ja gerade baue und so und man braucht leider sehr viel holz dafür ich kann jetzt nur acht pfeile machen außerdem ist da noch jede menge holz drin nein oder brauchst du andere holz dafür nein ich mach mir ja gerade aber nur zwei ich konnte nur zwei holz hat aber daneben ist doch noch mehr kann man das irgendwie ja eigentlich schon ach nee das ist schon bauholz das sieht nur noch so blöd aus ja das kann ich nicht benutzen ich brauche vom stamm ja dann müssen wir nochmal holz holen dann ja mache ich mich amare jo fein ist die frage wo sind meine feine hin ich habe gerade feine gemacht hat jemand meine feine gesehen die jetzt rein zieht blöd aus oder mich in irgendeinem lager in irgendeinem lager bis sie drinnen sind guck mal in deinem rucksack ob die vielleicht in deinem rucksack nein weil die pfeile die sind im campingplatz drin direkt hatte ich habe sie hochgeschoben jetzt sind sie im großen lager jetzt im campingplatz ja dankeschön habitieren bieten da warum wurde mit einem campingplatz nicht angezeigt was sie nicht weil ich nicht mag vielleicht warum ist das feuer aus und nein nein es ist schon wieder aus die papayas sind tomaten holz 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 hier ja wir brauchen ja holz keepfeile und muss hier ja ich bin zu hungrig guck mal jetzt lager ich glaub wir sind schon paar gegrillte papayas Na, ich hab noch Tomaten gehabt. Grillt? Nee, normal. Die Grillpapai ist noch nicht da. Die ist da, wenn alle fertig sind. Erst was. Boah. Na toll. Das sind noch Tomatensamen. Die können wir auch ansehen. Wir haben alles reingepackt.